Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir über DJI Osmo Mobile 2. Diesmal möchte ich ganz ehrlich sein und möchte mein Fazit über den Handy Gimbal abgeben und ich möchte euch sagen, ob er jetzt in dem Segment war angelegt, die neue Referenz ist unter die Handy Gimbals. Ich will ganz ehrlich sein, da ich mich jetzt schon eine Zeit mit dem DJI Osmo Mobile 2 beschäftige, muss ich sagen, ich habe mein Review auf vier Punkte zusammengefasst und meine vier Punkte über den DJI Osmo Mobile 2 lauten wie folgt, erstens Verarbeitung und Technik, zweitens wie gut ist die Bedienung, also zweitens die Bedienung, drittens die Software, von denen lebt das Ganze und viertens ist dann der Punkt, wo ich sage, das ist mein Fazit und das halte ich wirklich davon. Aber fangen wir jetzt gleich an. Kommen wir zu Punkt 1, Verarbeitung und Technik. Das Griffstück mit der Kontrolleinheit ist von seiner Form her recht angenehm in der Hand und obwohl ich persönlich jetzt nicht so der Kunststofffreund bin, muss ich trotzdem sagen, habe ich mich jetzt in der Zeit schon wirklich daran gewöhnt. Die Halterung für euch ein Handy, also ich meine jetzt die Klemmstellen, wo euch ein Handy eingespannt wird, also befestigt wird, sind mit einem Schaumstoff ausgepolstert, so dass euch ein Handy vor Krozzern geschützt ist und man muss auch keine Angst haben, dass das Handy aus der Halterung fällt. Es sitzt echt bombenfest. Wobei ich aber erwähnen muss, dass ein Vorgänger war auf der Hinterseite die Fixierschraube, wo man die Halterung noch weiter zusammenpressen hat können, die hat leider weichen müssen. Aus der Fixierschraube vom ersten Osmo Mobile ist eine Funktionsschraube geworden und die Funktionsschraube ist dazu da, dass ich im Endeffekt mein Handy hochkant oder normal einspannen kann. Und ich muss erwähnen, dass auf der Rückseite der USB-Anschluss ist. Ich habe das zwar im allerersten Video, was ich über DJI Osmo Mobile gemacht habe, schon extra gesagt, aber ich will es jetzt dann auch mal erwähnen, weil mittlerweile habe ich das als Powerbank schon nutzen können. Es gibt aber auch einen negativen Aspekt über das Ganze. Und zwar beim ersten Osmo Mobile haben wir auf der linken Seite noch einmal ein Gewinkel gehabt, wo man Peripherie verbauen hat können und da gibt es jetzt leider noch mehr. Es sollte aber wieder keine Tragik sein, dafür haben sie wieder etwas anderes positiv gemacht und zwar mit der Akkulaufzeit von, ich sage jetzt einmal laut Hersteller, 15 Stunden ist die Power dreimal so stark als wie beim ersten DJI Osmo Mobile. Kommen wir zu Punkt 2, die Bedienung. Bei der Bedienung kann man wirklich nicht schimpfen. Es sind alle Bedienelemente mit dem Daumen super zu erreichen. Der Aufbau ist jetzt auch ohne einer großen Anleitung super verständlich und ich muss auch sagen, die Bedienung ist jetzt auch nicht hoch kompliziert. Es ist hier zum hervorheben der Zoom-Regler auf der linken Seite, der was jede Menge Fummelei erspart, weil das jetzt über den Zoom-Regler auch sehr gut abläuft. Wenn ich jetzt so darstelle, sagen wir, kommen wir zu Punkt 3, der Software. Die Software habe ich euch eigentlich in einem ausführlichen Video schon erklärt. Die Software ist die DJI Go App, was es für Android und Apple Geräte natürlich gibt. Einen Link dazu werde ich euch da oben einblenden, falls euch das interessiert, dass ihr nachschauen könnt. Bei der Software, muss man sagen, spielt DJI natürlich einen größten Muskel aus und der ist voll im Griff. Wirklich, du kannst mit den Timelapse, Hyperlapse, Motionlapse machen, Zeitlupenaufnahmen und des Weiteren hast du noch die Active Track Funktion integriert. Was bei den Drohnen schon gut funktioniert und mit dem Gimple auch noch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich kann es nur wirklich als positiv ein Vorheim. Die Software ist das Steckenswert von deinem Gimple. Kommen wir zu Punkt 4 und das ist das Fazit von DJI Osmo Mobile 2. Da muss ich sagen, es gibt ein paar kleine Mancos. Wie gesagt, mein größtes Manko, was ich für mich jetzt da wichtig halte, ist das. Mir hätte das mehr gefallen, wenn das nicht alles der Bereich, also der Griffbereich, wie gesagt, aus Kunststoff bestehen würde. Und es hätte auch nicht geschaut, wenn da auf der Hinterseite etwas gerippt wäre, geschweige eine Gummierung angewiesen wäre. Aber man muss sagen, er baut auf einen erfolgreichen Vorgänger auf und durch die vielen Aufnahmemodi den guten Preis, den er hat, der langen Akkulaufzeit und der typischen DJI hohen Qualität meiner Meinung nach, was die Stabilisierung betrifft, hat er sich für mich als Referenz im Handy-Gimple-Bereich, oder ich sag mal, im Smartphone-Gimple-Bereich bewiesen. Aber kommen wir zum Abschluss, also für mich, wie gesagt, ist er die Referenz. Er hat sich wirklich bewiesen, mir taugt das. Und wenn euch das Video taugt hat, dann abonnierst meinen Kanal und dann lasst mir einen Daumen nach oben. Der hat mich gefreut. Wenn ihr gefragt habt, fragt ihr mich einfach. Wie gesagt, die Zeit, dass ich eine Frage beantworte, die finde ich immer. Und wenn ich es gar nicht selber weiß, dann werde ich mich immer erkundigen und schauen, dass ich trotzdem noch schaue und euch das beantworten kann. Also, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao. Ciao.